so nicht wunderbar doch noch hier runter die höhle erkunden ich hätte wir schon nicht ohne grund jetzt diesen marker bekommen haben hier mal mit selbst erkunden ist hier nicht viel mit ferngas ausschalten und so weiter wie in den vorigen karten daher ist das auf diese art und weise schon ganz cool gelöst und 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 aber nein das zur falle habe ich ja gut gemacht ja ich muss doch irgendwie jetzt zur höhle kommen leute lasst mich mal lalalala genau sich auch so klopft ja ja da hast du schon recht sagt und runter also da wo er gerade lang geht ist eine falle wo ist jetzt die höhle genau genau in die richtung man da bin ja fast runter gesprungen den tod das war knapp aber ich sehe keine fall oder sowas egal höhle 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 das war gespannt ob das so eine höhle ist für einmal was holen oder ob ich da schlange tatsächlich irgendwie jetzt auch weiterkomme auf dem alternativen weg wenn dafür ist jetzt extra aus dem gespräch nötig war für die höhle erwarte ich mich schon sie irgendwas größeres jetzt ist als einfach nur gewöhnlich lud holen oder sowas statt echten durchgang zu sein mit schlafplatz ach sehr geil und ja ich kann offenbar tatsächlich durchaus sind der lager sehr nett hier wie schlafen gehen ich weiß ja nicht alles abbauen ich meine eigene kann ich meine eigene feste selbst verbessern ohne werkbank ist ja bloß eine armbus ich meine brauche ich ja nicht wirklich jetzt was ist klar bauen wir so eine fette zielabdicke drauf auf so eine blöde armbrust sieht überhaupt nicht adäquat aus aber ok das hier nehmen wir mal rein klar weil es so schön fett ist winteres magazin freue ich gar keins gehabt tolle sache jetzt war rot laser nee ich hab was hat sich weg die hightech armbrust geil wenn das aber ist so kommt bis zum nächsten abend schlafen hier kommt schon keiner her bin ich voll sicher ist ja nicht irgendwie deren höhlos und vor allem sitze ich auch noch hier im schlaf also ich bin ja auch wach also richtig schlafen und ich kann mich sogar umdrehen dabei naja wahrscheinlich warten wir als zu schlafen was ich aufgrund der umstände auch sinniger finden würde weil wer schläft mir freiwillig wäre echt gefährlich naja und sonst hast ja auch super dunkel auf einmal ja das mitten danach wie es aussieht jedenfalls ist es ja durchaus so dass beim normalen schlafen man sieht ja wieder wie die sonne so weiter sich da oben drehen freigert nicht der fall im sinne von das war wohl echt nur ein wach warten hey du genau die alle kaputt haben wenn ich wollte da muss auch ein häusli ein moderneres häusli wie es scheint da war ich von gewesen da habe ich mich selbst chaotisch glaubt so ganz grün wird sich die piraten und die pioniere aber auch tatsächlich nicht der zwei fraktionen oder teile einer fraktion wahrscheinlich also was wie das zu wahrscheinlich also was wie wie ein kastenverhältnis oder sowas die beste verteidigung sie einig hier kasten ja eher so die jäger oder sowas ja okay aber wir werden das nicht gut der lehrer meister hat auch gesagt dass man nicht einfach jeden töten haben genau die piraten wollen mich fressen ja und er hat den mädchen nichts getan genau bumm ui na toll faszinierend ups ups das das war nichts gerade ups shit neuladen das war das war eine nullnummer war gespeichert shit ich habe die anderen gar nicht gesehen gerade aah dachte das wäre der einzige weg jetzt aber offenbar geht es ja auch links lang ui ach nein ach nein doch nicht hier psscht 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 immer schön leise bleiben bitte man 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 aus aus La, 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 la Hier war nix, ne? Mal reingucken Ah, doch, hier war was So Oh Da bin ich grad zu doll gelaufen Das hat er doch irgendwie gemerkt Oh, oh Ich war grad zu eilig, weil ich meinen Spielschleim eben gerade wiederherstellen wollte Rede ich mal um, bitte, hier ist nix weiter Boom Boom, boom, boom Trommelmann Dre ich mal um, bitte Ach, kacke Macht er nicht mehr Hä? Ich bin voll lichtzig, gerade, wieso das denn? Hä, ist alles dunkel? Jetzt ist weg Ah, Mist, jetzt kommt er nicht mal lang Jetzt muss ich mich irgendwie anders Langschleichen Ich komme hier aber auch von hier ganz gut dahin Auch modern da Tut er war so ein stammender Heini So, sagt man, noch hierher ist nicht so schön Ah, na gut So, also auch mal geht's zumindest hierhin Wie lang Na, gibt's die Chemie drin? Warte mal hier, ich helfe dabei Boom Zack Wieder was Neues gehabt, sehr schön Ah, hier gibt's ja auch lang Nimm mal diesen Weg, was soll's Speicher mal In der Hoffnung, jetzt nichts falsch gemacht zu haben Im Sinne von dem falschen Weg genommen zu haben Aber das wird schon alles So weit seine Richtigkeit haben und gut gehen Aber ich hab's das Gefühl, es gibt ihm mehrere Wege lang Tatsächlich Unten, oben, rechts und links Alle werden wohl zum Beispiel ein Ziel fühlen Logischerweise, aber Doch noch ein wenig gabelig hier die Wege So Jemals die Mädchen Ja, ja Ja, ja Also mich ärgerst Auf mal ganz schlimme Sache hier Ich bin da sehr stark betont Immer, immer wieder Genau Komm ich da drüben hin? Okay, ich stehe kaputt gehauen Okay, ich speicher Psst Okay Kannst du nicht so gut schreiben Es ist nicht so schlimm Hier Einmal an die Wand gedrückt Was soll ich hier mit der Frage Ich hab doch jetzt eigentlich meine Achso, ich hab die ausgetauscht Ich hab nur gewechselt Ja, okay Dann geht das So, jetzt hab ich hier ein paar Waffen Vielleicht brauche ich die ja Doch noch Auch wenn es momentan nicht danach aussieht Hier in diesem Abschnitt Ich stehe mal so viele Bücher rum Aber man kann davon so wenig lesen Ich frag mich echt Wo die ganzen Bücher sein sollen Und ich wahrscheinlich schon verpasst habe Komm, die hol ich mir auch noch den Typ da vorne Oder Ach guck mal Da ist ein Wenn das nicht geht Kann ich mir noch Wittler anschleichen Bei ihm hier Aber Sieht so aus Als wenn das hier kein Problem wäre Zack Psst Psst Achso Jetzt ist Dieser andere Weg Okay, verstehe Da wo ich eben auch verflogen bin Hab er es geschickt umgangen Das ist sehr schön Find ich gut Wer trommelt denn hier so Das ist voll irritierend Klong, klong Mal aufgehört Ah Da ist der Trommel Heini Ich verstehe Ich verstehe Aus Aha Noch einmal Loot Und wieder abseilen Aber jetzt kann ich auch sagen Wo ich eben gerade auch schon Bis diese Weggekommen wäre Insofern Da ist noch jemand Ich gerade Aua So aus Mal zurück Denn dich habe ich ja übersehen Lieber Freund Das tut mir leid Ich belude euch nur ein bisschen Ja alles gut Ich töte keinen Mach ich nie Wisst ihr ja Ist hier nichts weiter Ja gut Das ist ein bisschen Gut war ja in Ordnung So ist nicht Aber Ich habe ja gerne immer mehr Wisst ihr Ist ja normal Wäre das nicht Gerne mehr Oh der ist weg da oben Ich ertreie es mal Bam 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 Na klar Ich schleiche Über den Stieg Über den Stieg Du wirst schon sehen Wenn er spricht Wird er alle umhauen Papagei Hallo Na toll Jetzt sagt er hallo Wo ich weg bin Wo ich da bin Aber offenbar Ach komm mal Hier wird ja neue Sachen gekriegt Also ich muss Ich muss auf dem Sittigen paar Typen Von denen einfach Looten und Kaputthauen Damit ich schöne Sachen bekomme Die ich jetzt nicht Bekommen Auch man muss Ich sogar hier lang Wie es aussieht Bei mir ging es auch noch weiter Oder nicht Da war das Schluss Ne da ist wohl Schluss Also ich muss hier lang Okay alles gut Dann gehe ich mal weiter Sah jetzt zumindest aus Ich bin ein bisschen zu vormodig Ich sage mal hinzugehen Und das zu überprüfen Aber es wird schon stimmen Guck mal es war gerade Wie er so ein grünliches Eher positives Licht Oder was Für mich halt eigentlich Ziemlich eindeutig Also Vor allem wenn ich jetzt Den Banditen vergleiche Die ich da hätte töten können Und so weiter Was ich nicht getan habe Was ja auch gut sein soll Laut internet Und wo das gleiche Ding ist jetzt kam Also das passt schon Ich hab diesen Abschnitt offenbar jetzt gut überwunden Nämlich an, weil ich keine getötet habe Wie ist es, ich gehört So, was denn da Ein Totenkopfding ist So, ich bin halb durch Au Kommen die jetzt schon wieder her Ach, sie sind schlank Noch aus dem Nichts Schweineviecher Die müssen auch fieses Karma haben Sag mal Da Oder Ne Wo sind denn die schlangen Ich seh aber keine Mann